Bestimmt hast du auch ein paar Pflanzen bei dir zu Hause, doch bist du schon mal auf die Idee gekommen, Zimt auf diese bzw. die Erde der Pflanzen zu streuen? Wahrscheinlich nicht, aber warum das eine wirklich gute Idee sein kann, möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen. Denn Zimt ist ein wahres Wunder für Pflanzen. Er hat gleich mehrere Vorteile, die ich dir in diesem Video jetzt alle einmal genauer vorstellen möchte. Denn wenn sich Schimmel oder andere Pilze auf der Erde deiner Zimmerpflanzen angesetzt haben, kannst du diese mit Zimt bekämpfen. Auch allgemeiner Befeil von irgendwelchen Parasiten kannst du durch Zimt wieder entfernen. Zudem hilft Zimt dafür, dass die Wurzeln sich richtig schön ausbilden können bei den Pflanzen. Alles was du dafür tun musst, ist ein wenig Zimt auf die Oberfläche der Erde zu streuen, so wie du es jetzt bei mir hier sehen kannst. Ich verteile also überall etwas Zimt auf der Erde und schon haben wir die ganzen eben genannten Vorteile. Doch das Ganze hat sogar noch einen weiteren Vorteil, denn auch kleine Trauermöcken, die sich oft in der Erde befinden und überall um die Pflanze herumfliegen und dementsprechend dann meistens auch in deiner gesamten Wohnung, kannst du mit Zimt entfernen. Streue dafür, wie hier gezeigt, einfach nur etwas Zimt auf die Erde und schon kannst du dir diese ganzen Vorteile zunutze machen. Falls du es bisher also noch nicht kanntest und eines dieser Probleme bei deinen Pflanzen hast, dann probiere es unbedingt mit der Zimtmethode einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du niemals wieder Zitronenschein wegwerfen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir jetzt an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.